Videobearbeitung zählt immer noch heute zu einer hohen Kunst, weil diese immer komplexer, schneller und mit viel, viel mehr Schnitten zusammengestellt werden, als es früher tatsächlich der Fall war. Dementsprechend ist es ja auch super wichtig, sich zumindest mal mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, welche künstliche Intelligenz kann mir wie denn wann helfen. Vor allen Dingen ist ja auch nicht mehr die Frage, dass es künstliche Intelligenzen bzw. Avatare gibt, denen du die Stimme leihen kannst oder denen du eine andere Stimme geben kannst und sie dann perfekt auch mit der Gestigung Mimik gestikulieren, sondern da ist ja auch noch die Frage, welches Tool hilft mir denn dort am besten und welches ist kostenlos, welches ist kostenpflichtig, was lohnt sich denn, welches Tool kann ich denn nutzen, um beispielsweise damit Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Dem Thema widmen wir uns jetzt gleich und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der ersten Lektion.